Guten Morgen, ich lese. Medikamente im Test, Bluthochdruck von der Stiftung Warentest mit großem Ratgeberteil. Ich bin angekommen im roten Kapitel, dem letzten Kapitel. Es heißt Medikamente bewertet und bei Medikamente von A bis Z werden die rezeptpflichtigen Medikamente in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt. Und danach geht es alphabetisch den Wirkstoffgruppen nach. Und ich bin angekommen bei einem Medikament, das aus einem Calciumantagonisten und einem Diuretikum besteht. Hier steht ein Kombinationspräparat aus zwei Wirkstoffgruppen. Davor ging es um Calciumantagonisten. Und ich lese das vor, das ist relativ kurz. Danach geht es um Satane. In diesem Präparat ist der Calciumantagonist Verapamil mit dem Diuretikum Hydrochlorodiazid kombiniert. Verapamil plus Hydrochlorodiazid. Geeignet bei hohem Blutdruck, wenn dieser mit geeigneten Einzelsubstanzen nicht ausreichend gesenkt werden kann. Wenn der Blutdruck mit einem als geeignet erachteten Medikament allein nicht ausreichend gesenkt werden kann, ist die Kombination empfehlenswert. Weitere wichtige Hinweise zur Anwendung, zu erwünschten Wirkungen, zur Anwendung bei Kindern und Jugendlichen in der Schwangerschaft und Stillzeit, sowie bei älteren Menschen finden Sie unter Calciumantagonisten und unter Thiazide und Thiazidartige Diuretika. Siehe Seiten 129 und 140. Es geht gleich weiter mit Satanen. Tschüss.